Vielleicht hast du ja Glück und sie ist schon wach. Da hat ja schon einer die Äuglein auf. Hallo, kleine Maus. Wie alt ist sie denn jetzt eigentlich? Acht Monate. Dafür ist sie aber ganz schön... ...propper. Was? Nee, das finde ich überhaupt nicht. Warte, ich gebe sie dir mal. Ja? Ja? Komm her, ja. Komm her, ja. Komm her. Oh! Ja, ja, ja. Oh!